Sie sind noch nicht durch. Ich muss Sie als Erster erreichen. So, hiermit auch. Oh, Grüße. Ah. Alteon. Oh, geil. Oh, ja, auf jeden Fall. Hallo, der kommt hier wieder bei Newton. Wir sehen uns heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute haben wir hier mal wieder Devil May Cry, wo ich gerade mit Vilja oder Video auch immer heiße, richtig mal die Sau rauslasse und jetzt mal hier wieder Punches gebe. Oh, ich muss gerade verdaunen hier. Verdaunen. Oh, das ist geil. Es hat viel geil. Oh, mein Gott. Oh, ja, schleck mal. Oh, shit. Schlechter. Sieht aus wie ein richtig harter Badass. Oh, holy shit. Oh. Oh, shit. Okay. Okay. Ich merke das sehr... Oh, fuck. Hier ist ein Rage. Achso, nee. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay, wenn er das macht. Okay, wenn er so macht, dann ist er so. Okay. Boah, das war knapp. Warum ist er jetzt explodiert? Oh, ne, fuck. Warum ist er jetzt explodiert? Der ist einfach explodiert. Okay. Wenn man... Wenn man das jetzt so nehmen will, also... Nicht anderen können jetzt einfach einfach so explodieren. Aber ich habe kein Problem mit. Verdammt. Sie brechen auch vom Limbos aus durch. Okay, wir können die vom Limbos aus durchbrechen. Ja. Warte. Oh, fuck. Achso, so hätte ich das da hinten bestehen können. Obwohl ich mal so... Kleine Probleme hatte. Wo seid ihr, Leute? Gucken, ist irgendwas? Was Besonderes? Nein. Und... Okay, hier ist so eine Lebensstatue. Die ich jetzt auch... Nehmen will. Und ich will mal gucken, was ich mit Aquilia machen kann. Oder mit Aquilia. Höhlt Komor-Reichweite. Ist auch sehr geil. Kurz oder lang halten. Das ist sehr geil. In der Luft. Warum hat das... Okay. Tornado. Okay, das ist auch ganz cool. Ich nehme aber... Erstmal den hier. Und den hier. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf... Err... 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 Err-Rex... Ich kann auch nicht wie die heißen. und nimm dann sieh mal wie hab ich noch? eins hab ich noch geil dann geh ich auf Rebellion und nimm hier was kann ich hier? lad mal hin boah wie groß das ist ok das ist cool die sind auch cool oh nein die sehen voll cool aus irgendwie yeah ok hier kommen wir einfach mal durch was ist das? noch hier irgendwas? nein die sieht nicht so aus warte moment wie war das nochmal? so oh geil ah ja das war so nochmal nee ich hab die Spinnen da getötet ah ja fuck it Mist nein oh nein oh da ist die verlorene Seele well ok das war jetzt super gut nachgemacht von mir oder? kann ich hier springen? ja geil yay ich hab das da und noch ein paar rote rote Viecher jumm ausgeben könnte Moment ja Mano na na komm schon na na Mano was ist denn los? ist ja gerade eben auch hochgekommen na los jetzt ach komm leck mich jetzt hab ich gar nicht los mehr na shit ich dachte ich komm da so durch einfach komm ich so hier durch holy shit oh oh wo seid ihr? ich muss mich mal mit kratzen hier oh jo so ach so wir haben den gerade ermordet kann man den hier noch sehen ne ich kann mich schon mal fortbewegen oh nicht shit warum kommt das hier alles durch? wir wissen schon dass es voll creepy ist ja oder so wie geht es gut? du das Graffiti es hält sie fern gute Arbeit cat okay hey hier drüben sei ein freak oh fuck it die kann ich erst mal damit killen oh shit die gehen ja hoch cool okay nicht so cool aber nein dann kann ich auch damit killen wow oh komm hier hin komm hier hin Drecksviech ey geil kapau wow wow jetzt geht das wieder in rage okay jetzt muss ich einfach nur ausweichen glaube ich oh das finde ich gut machen ich glaube dann killt sich das wieder von sich selbst noch nicht er kann gill hier wollen bau okay das ist ein dickes ding rundherum das weiß ja schon Nein! Oh! Oh fuck! Holy shit! Oh, Manu! Lies tot! Ich muss hier einmal hoch, ich muss... Da pisse ich Kamera! Dreckskamera! So! Nein, nein, nein! Okay! Na komm, Jön! Ja! Oh, Jo! Zum Glück hab ich das geschafft! Okay! Ich denke, das müsste der letzte Fight... Das müsste der letzte Fight sein, oder nicht? Ähm... Ach, ist halt in der hinten! Ach, sag ich's tot! Irgendwo ist hier grad einer rausgekommen, oder so? Hör doch nicht! Okay, das macht mir glaube ich gar keinen Schaden... Versteck dich! Hörst du! Cat! Shit! Da komm ich nicht hin! Wie kann ich ihn als erstes erreichen? Ich will auf jeden Fall die hier um! Oh, Mann! Was wollen die denn hier? Ne! Ne, 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 ne! Das gibt es jetzt nicht! Nein, 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 nein! Nein! Shit! Ich dachte, das klappt noch! So! Einfach möbeln! Den hier vermöbeln! Die hier vermöbeln! Kann ich hier erstmal hin, aber... Und... BAU! Okay, das... Das hat nichts gebracht! So! 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 Warte, wie war das? Tornado! Okay, das bringt nichts bei dem! Okay! So, hinter mir ging die Tür... Auf! Come on! Nochmal! So! Oh nein! Nicht jetzt! Dankeschön! So! Einmal kaputt schießen! Da! Ein bisschen hochgehen! Und den dann kaputt machen! Und dann... Die ganze Zeit fallen! Wow! Tornado! 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 Oh! Tornado! 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 Dann kann ich einen bearbeiten! Tornado! Tornado! Kann singen! Tornado! Tornado! Warte, kommst du hier hin! Warte, ich schlage das hat er gesagt! Ich bin drin voraus! So! So! Ne! Die sind scheiße!